Ich lerne Deutsch. Nummer 7442 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Schokoladenplätzchen mit der rosa Schleife nehmen wir heute Nachmittag mit zu Oma. Die Schokoladenplätzchen mit der rosa Schleife nehmen wir heute Nachmittag mit zu Oma. Morgens öffne ich die Fenster, lasse frische Luft in die Küche und trinke die erste Tasse Kaffee. Die Boote sind stark beschädigt. Sie müssen repariert werden. Die Boote sind stark beschädigt. Sie müssen repariert werden. Die Bote sind stark beschädigt. Sie müssen repariert werden. Die Kommunikation mit anderen Menschen ist meine Berufung. Deshalb arbeite ich hier. Die Kommunikation mit anderen Menschen ist meine Berufung. Deshalb arbeite ich hier. Ideen sind wie Samen, die in unserem Geist keimen und wachsen. Ideen sind wie Samen, die in unserem Geist keimen und wachsen. Im Sport ist jedes Spiel ein neues Experiment, bei dem man seine Fähigkeiten auf die Probe stellt. Im Sport ist jedes Spiel ein neues Experiment, bei dem man seine Fähigkeiten auf die Probe stellt. Der Wettkampf ist ein Motor für die Evolution im Sport. Der Wettkampf ist ein Motor für die Evolution im Sport. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein wenig. Und gib uns die Bewegung. Vielen Dank.